Ich bin heute hier, um über das Thema Accessibility im Kontext mit Learning 4.0 zu sprechen. Und da stellt sich sofort die Frage, was hat das eigentlich miteinander zu tun? Und ihr seht dieses Bild, es hat so ein riesiges Vorhängeschloss. Und dieses Vorhängeschloss steht für was, was ich kennengelernt habe, ihr mit Sicherheit auch. Und viele, viele da draußen jeden Tag haben, die eigentlich Wissen bräuchten oder Spezialisten, Experten, spannende Leute, mit denen sie sich gerne austauschen würden, aber den Zugang nicht bekommen. Und das ist deswegen so, weil es proprietäre Systeme gibt. Das heißt, das Wissen, was da ist, das richtig gute Wissen, dieser High-Quality-Content, wie wir das so nennen, nicht rausgegeben wird. Er wird verschlossen. Und ich gebe noch eins vorweg, da wird ziemlich viel Denglisch kommen. Ich hoffe, es ist okay, wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann einfach her damit. Ich bin da leider ganz schlecht drin, nur Deutsch zu sprechen. Ich habe eben schon tausend Wörter überlegt, also verzeiht mir. Genau. Und dieses proprietäre ist genau das, was uns gestört hat, was mich gestört hat und was uns zu einem Thema gebracht hat, wo wir sagen, hey, da müssen wir was tun. Und warum ist das so? Es kostet einfach extrem viel Geld heute. Egal, ob aus der B2B-Sicht oder der B2C, also der Endkundensicht. Wenn ich heute gutes Training haben will und ich versuche, in dem Markt der Weiterbildung einen Kurs zu bekommen für ein Eintagestraining, bin ich im Schnitt zwischen 1.500 und 2.000 Euro los, wenn es nicht die Firma bezahlt. In Deutschland ist es sogar so, dass eigentlich der Endkunde erwartet, dass es die Firma zahlt. Ganz spannendes Konsumentenverhalten. Das heißt, wenn die Firma mir es nicht bezahlt, dann mache ich das Training nicht, weil ich brauche es ja auch nicht. Ganz anders in anderen Ländern und ganz anders in anderen Bereichen. Ein Beispiel USA. Und dennoch in den USA, ich kenne das alle, Elite-Universitäten, Harvard, Berkeley, egal was, entweder im halben oder auch im ganzen Jahr zwischen 50.000 und 80.000 Dollar. Und die Frage haben wir uns gestellt, das ist eigentlich echt schade, weil dieses Wissen, was bei einzelnen Menschen in Insellösungen sitzt, sollte eigentlich für viele Leute oder am besten für alle zugänglich gemacht werden. Und ich bin jetzt hier nicht der Soziale, der alles, freies Wissen für alle, das ist es nicht. Wir haben uns einfach darauf konzentriert, dass jeder, der lernen will und der lernwillig ist, genau so viel dafür bezahlt oder als Ausgleich geben muss, wie es für ihn möglich ist oder was erreichbar, was bezahlbar ist für hochqualitatives Wissen. Genau. Und noch dazu kam, dass wir uns überlegt haben, naja, eigentlich auch, egal wo ich bin, egal mit was ich ins Netz oder auch nicht gehe und egal zu welcher Zeit. Das heißt, dieses Accessibility hat bei uns auch das Thema Verfügbarkeit und dieses Verfügbarsein passt auch einfach zu unserer Welt. Ich meine, ihr seid alle, glaube ich, im Schnitt nicht älter als 25, sage ich jetzt mal so. Ja. Aber es ist so, die neuen Generationen, die Millennials, Generation Z oder ich habe jetzt auch letzte Woche festgestellt, dass ich ein Xenial bin, ganz spannend, das ist eine Mini-Generation zwischen 1975 und irgendwie 82, 84, die ohne Handy aufgewachsen sind, als das Handy dann gekommen ist, völlig überfordert waren und jetzt nicht mehr wissen, welche ihrer 17 Devices sie eigentlich auf der Couch nutzen wollen, um ins Internet zu gehen. Habe ich gesagt, ja, das passt. Spot on. Genau. Und warum Learning 4.0 und warum sind wir in diesem Thema gelandet? Ich selber, ich bin eigentlich ein Corporate-Hase. Ich war vorher irgendwie in der Beratung mit dem Oliver, der kennen wir uns auch. Ah, oh, da hinten, sorry. Und danach klassisch die Corporates durchgepustet, hatte dann irgendwie zumindest das Glück, in der Corporate zu landen, die einigermaßen neu orientiert ist, Stichpunkt Amazon, ja, und die das auch spannend macht. Und da ist uns aber trotzdem aufgefallen, dass das Thema Führungskräfteentwicklung ein ganz extremes Thema mit proprietärem Wissen hat. Also egal, ob ich es als Firma kaufe, egal, ob ich es als Endkunde kaufe, Führungskräfteentwicklungstraining ist per se teuer. Und wir haben uns in die Frage gestellt, warum ist das so und was sind eigentlich die Nachteile davon? Und die Nachteile sind eine ganz spannende Perspektive. Wenn ihr das als Pyramide seht, dann sind die Top 10% in einem BMW-Konzern oder in einem Daimler-Konzern. Das sind eh die Nachwuchstalente. Die sind meistens auch schon identifiziert. Und die kriegen so viel Training, dass es ihnen hier reinläuft und da raus. Und das Spannende daran ist, die brauchen es eigentlich am wenigsten. Warum? Weil die eh schon Talents sind und meistens diese Sachen intuitiv können oder weil sie sich selber weitergebildet haben oder weil sie einfach so extrem schlau sind. Aber das Spannende daran ist, dass das Geld eigentlich ausgegeben wird für die, die es schon machen oder schon gut sind. Und deswegen haben wir uns so ein bisschen dem Thema Führungskräfteentwicklung verschrieben und haben uns die Frage gestellt, was müsste eigentlich passieren, damit wir das ändern können und Accessibility dieses Wissens zu den Leuten geben können, die es brauchen. Und wir sind auf insgesamt vier Punkte gekommen. Einmal, ganz klar, der Content. Wir müssen den Content, den die Leute interessiert, der sie weiterbringt, der praxisorientiert ist, der sie in einer Führungssituation dann auch wirklich besser werden lässt, zur Verfügung stellen. Das zweite war, das müssen wir auf einem riesigen Scale machen, weil es gibt so viele Führungskräfte. Und diese ganzen One-on-One-Trainings, also ich nenne sie oder Präsenztrainings, ist glaube ich das deutsche Wort, wo zwölf Leute sich in einem mittelmäßigen IBIS-Hotel in Mönchengladbach treffen, um dann ein standardisiertes Training zu machen mit einer Führungskraft oder mit einem Trainer, der mal Führungskraft war und der ihnen die Paradigmen von heute oder vielleicht sogar morgen als Führungskraft von gestern erklärt. Ich kann davon sprechen, ich habe es gemacht, sozusagen Akquise oder auch Weiterbildung für unser Thema und ich kann es nur bestätigen. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, ich sage nur, dass die Art und Weise vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß ist. So, dritter Punkt, innovatives Format. Training von heute funktioniert nicht mehr so, dass ich jemanden hinstelle und der erzählt dann irgendwas, vielleicht nutzt er noch Flipcharts oder auch alle anderen tollen Sachen. Aber der Punkt ist, gerade die neuen Generationen wollen dann lernen, wenn sie lernen wollen, an dem Ort, an dem sie lernen wollen, zu der Zeit, zu der sie lernen wollen und am besten for free oder auf Knopfdruck. Also die preislichen Komponente, da kommen wir noch dazu. So, und das ist eben der andere Punkt, das ist diese Verfügbarkeit. Und dann haben wir uns überlegt, okay, eigentlich relativ spannend, was machen wir jetzt damit? Und wir haben uns zusammengesetzt und es ist so ein bisschen von der Teamzusammensetzung auch gekommen, ich erzähle es dann auch gleich, aber rausgekommen ist ein Startup oder eine neue Firma, die eine Learning-Online-Plattform macht und die heißt Catch Up With The Best. Und die Idee dahinter ist, mannigfaltig, aber so die drei wichtigsten Dinge sind, wir wollten, dass die Leute Zugang bekommen zu Experten aus ihrem Fach. Und zwar Zugang in der Form, dass sie sich fühlen, als würden sie mit am Tisch sitzen. Das heißt, ja, es ist Learning Content, ja, ich lade ihn mir runter und ja, diese ganzen Anytime, Anywhere, Any Device, klar, Haken dran, aber wir wollten den Unterschied machen zu sagen, passt mal auf, wir nehmen fünf spannende Führungskräfte aus einem Cross-Matrix-Zusammensetzung, erkläre ich auch gleich, die sich darüber diskutieren, was heute eigentlich wirklich die Probleme von Führungskräften sind oder von Führungskräften, die es noch werden wollen. Wir wollen also genau da rein oder sind auch da drin. Und ein Beispiel, wir haben zum Beispiel einen der besten Leadership-Coaches in Deutschland, Jan Breke, hat ein Buch geschrieben über das Thema, was Talente eigentlich wollen, hält Vorträge auf dem World Economic Forum, also wirklich eine spannende Person. Ich gehe jetzt nicht einzeln durch, da kommen wir auch noch ein bisschen dazu, aber von Mittelstand, Startup, Corporate, einfach alles gemixt und die haben sich über die Thematik unterhalten, was braucht es eigentlich heute und was kann ich den jungen Nachwuchsführungskräften weitergeben. So, da sind sie auch. Wir haben auch natürlich in den Industrien gemischt, wir haben von Fashion-Mittelstand bis zu einem sehr, sehr guten Senior Manager, der sich zum Beispiel gerade um die ganzen Trockenlebensmittel bei Amazon kümmert, einfach so diese ganzen Perspektiven einmal gemixt und haben sie darüber diskutieren lassen und haben das aufgenommen und zwar sind insgesamt dreieinhalb Stunden Content, 18 Episoden und diese Episoden, es sieht dann so aus auf eurem Device, egal wo, es ist also alles web-based, streamed, es ist eine White-Label-Production und Video-Solution im Background und das Spannende ist, was denn? Achso, das war das Denglisch, richtig? Erkläre ich alles, aber da habe ich keine Zeit dazu, das war das Denglisch. Ich habe euch gewarnt. So, und die Idee war, okay, wir wollen es. Entertaining haben, aber wir wollen die Education nicht zu kurz kommen und wir sind dem Konzept des Edutainments gefolgt, also aus Education und Entertainment. Das heißt jetzt nicht, dass da Riesendisco und Party ist, aber es ist natürlich eine Abwechslung und die Diskussion ist so, dass es leicht aufnehmbar ist. Die Folgen sind zwischen 8 und 12 Minuten und wir haben ein spannendes Feedback bekommen, das muss ich jetzt leider aus dem Hut ziehen, das kam nämlich erst vor zwei Wochen. Und der hat gesagt, ein B2B-Kunde, wenn ich meinem ganzen Team das vorher gezeigt hätte, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass sie 90% der Fehler nicht gemacht hätten, also wir sprechen von Führungskräften, die neu in zum Beispiel eine Teamlead-Position kommen und das Ganze für 10% des Preises, weil das war unsere Idee. Wir wollten über die Scalability der Online-Verfügbarkeit gehen. So sieht das Ganze aus und da ist auch der Preis, es kostet also als One-Time-Sale 99 Euro. Ich darf keine Werbeveranstaltung machen, will ich auch gar nicht, schaut es euch einfach an. Es gibt auch einen spannenden 2-Minuten-Trailer darüber, was da alles in den Folgen ist. Wir planen auch noch sehr viel mehr Features. Was aus meiner Perspektive irgendwie das Spannende ist und wir sind wie jedes Start-up total mini, wir sind seit 4 oder 5 Monaten auf dem Markt, wir haben die klassischen Themen und doch haben wir doch relativ viel Traction schon bekommen, gerade aus dem B2B-Markt, weil die HR-Direktoren, die großen HR-Direktoren eben sagen, naja, das bietet uns die Chance, die Pyramide weiter nach unten zu beschallen und zu bestücken. Und wir haben dieses ganze Führungskonzept auch natürlich auf den neuesten Thematiken und Führungsparadigmen und aus diesen ganzen Insights zusammengebaut. Oh, jetzt habe ich es fast abgerissen. Und wer das gemacht hat, natürlich nicht alleine, das ist mein Team. Die Karin, der Hans und die Marina, da gehe ich jetzt auch nur so ganz ein, da können wir nachher noch sprechen. Auf jeden Fall ein klasse Team, hat mir total Spaß gemacht. Die sind auch super fleißig, die haben gesagt, sie wären gerne dabei, aber die müssen posten, weil wenn wir bei 12-Minute-Me sind, dann müssen wir das natürlich auch sozial verteilen. Aber was ich eigentlich noch sagen will, ist die Frage, die sich stellen wird und die werdet ihr mir auch stellen, warum eigentlich nur Leadership? Und das ist gar nicht die Idee, sondern es kam daher von dem Thema Amazon, was ich gesagt habe. Und es kam auch da, dass wir in dem Thema Organisationsberatung uns vermehrt im Team sozusagen ausgetauscht haben. Wir haben uns ganz viele Themen angeschaut, inklusive waren wir bis in Berkeley und haben uns ein Leadership-Coaching reingezogen, einfach zu schauen, was ist da eigentlich die Qualität des Contents. Und dann kamen die ganzen Führungskräfte zusammen und wir haben die ganzen Führungs-Challenges in einen Pool gepackt, ein sogenanntes Trust-Centric-Leadership-Modell drübergezogen und dann geschaut, was ist eigentlich wirklich relevant aus Praxis, was ist das, was ihr am Schluss braucht, um eure Leute gut zu führen. Und das ganze Ziel war, wir wollen einen positiven Impact auf die Führungskultur in Deutschland haben und das ist auch der Anspruch. Das ist also euer Season 1. Es gibt noch zwei weitere, die in Produktion sind. Und wenn wir es schaffen, dann würden wir das gerne für jeden Beruf machen. Also nicht nur Catch-Up with the Best Leaders, sondern Yoga-Teachers, Lawyers, whatever. Das ist das. Applaus